Was tun, wenn ihr für den Videoschnitt Material angeliefert bekommt, das leider nur in niedriger Auflösung zur Verfügung steht? Früher war das ein echtes Ärgernis. Heute gibt es dafür Unterstützung per KI. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und hier dreht sich alles um Color Grading, Schnitt- und Filmproduktion. Tipps, Tricks und Tools vom Profi Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr direkt in DaVinci Resolve Material auf bis zu 8K Auflösung skalieren könnt. Dieses Feature gibt es nur in der Studio-Version. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wir sind in der Edit-Page von DaVinci Resolve Studio 19, der Beta-Version. Schauen wir uns mal die Timeline-Settings an. Ich habe eine 4K Ultra HD Timeline und beim Feld Mismatched Resolution habe ich festgelegt Scale Entire Image to Fit. Das heißt, die Bilder werden automatisch der Timeline angepasst. Mein Material ist ausnahmslos in HD, 1920 auf 1080. Superscale finde ich im Inspektor. Ich wähle den Clip an und klicke einfach auf Superscale. Zack, und jetzt haben wir schon eine deutliche Verbesserung. Ich gehe mal aufs Vollbild, da sehen wir es besser. Das ist ohne Superscale. Und das mit Superscale. Eine deutliche Verbesserung. Ich zoome mal hier ein bisschen rein. Vorher, nachher. Das Ganze wird jetzt per künstlicher Intelligenz hochgerechnet. Das ist die sogenannte Neural Engine von DaVinci Resolve. Und dazu gibt es verschiedene Algorithmen. Zweifach Enhanced. Das ist voreingestellt. Zweifach. Da habe ich weniger Parameter, mit denen ich arbeiten kann. Da könnte ich jetzt die Sharpness umstellen von Low über Medium auf High. Das gleiche gilt auch für die Noise Reduction. Low. Dann haben wir ein deutliches Bildrauschen drin. Medium. Und High. Gehen wir mal zurück nochmal auf den Enhanced-Modus. Der liefert von Haus aus einfach gleich ein deutlich besseres Bild. Und hier kann ich jetzt die Schärfe stufenlos einstellen. Und die Noise Reduction ebenso. Ich hoffe, man sieht die Unterschiede auf YouTube deutlich genug. Hier auf meinem Client-Monitor ist der Unterschied eklatant. KI braucht ein bisschen Rechenleistung. Ihr seht schon, das wird nicht flüssig abgespielt. Es schadet nichts, das Ganze zunächst zu cachen. Ein nächstes Beispiel. Da haben wir einen Leoparden. Und jetzt schalten wir einfach mal Superscale ein. Wow. Ohne Superscale. Mit Superscale. Zoomen wir hier auch mal ein bisschen rein. Achtet mal auf diese Schnurrhaare. Das ist beeindruckend, wie die Details zurückkommen. Manchmal gibt es auch Artefakte. Klar, das ist KI. Das wird generiert. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ihr könnt übrigens Superscale bis zu 8K verwenden. Und dann schauen wir uns noch ein letztes Beispiel an. Das ist das normal hochskalierte HD-Bild. Und jetzt mit Superscale. Und da sieht man dann ganz deutlich im Bereich der Augen, was da los ist. Ohne und mit. Vollbild ohne Superscale. Und Vollbild mit Superscale. Die KI, die DaVinci Resolve einsetzt, ist auf Gesichter optimiert. Achtet mal auf die Haare. Eklatanter Unterschied. Und ich kann das Ganze natürlich noch feintunen und tweaken. Je nachdem, wie ich gerne möchte. Man muss natürlich auch darauf achten, dass die Werte vernünftig sind und dass wir das Bild nicht überschärfen. Ich lasse das jetzt aber für den Verwendungszweck mal so stehen. Und das schönste daran, Superscale ist ja in der Studio-Version von DaVinci Resolve quasi eingebaut. Das heißt, ich muss keine externen Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel Topaz Video Enhance. Topaz Video Enhance ist eine eigenständige Applikation. Die ist richtig klasse und kann im Vergleich zu Superscale noch einiges mehr. Aber um das zu benutzen, muss ich vorher das Bild aus DaVinci exportieren, in Topaz öffnen, bearbeiten, das Ganze rendern und exportieren und wieder in DaVinci Resolve reinholen. Hier bin ich mit Klick live dabei. Super coole Geschichte. Nicht immer perfekt, aber in vielen Fällen ein echter Lebensretter. Manchmal entscheidet es darüber, ob bestimmtes Material überhaupt nutzbar ist. Da ist das wirklich ein tolles Tool. Spielt euch mal damit. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du deine Color Grading Fähigkeiten auf das nächste Level bringen willst, schau unbedingt auf colorgrading.net vorbei. Dort kannst du dich für meine Masterclass anmelden und dir einen exklusiven Rabatt sichern. Den Link dazu findest du auch direkt ganz oben in der Videobeschreibung. Ich freue mich darauf, dich in die Welt des professionellen Color Gradings zu begleiten. Bis zum nächsten Mal. Bleib kreativ.